Das Evangelium steht bei Matthäus im elften Kapitel. Ehre, sei dir, Herr. Da Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube höhlen. Tote stehen auf und Arme wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an ihr erhört. Als sie vor und hin, fiel Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden, Was zu sehen, seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schiff vor, das vom Wind bewegt wird. Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Siehe, die weiche Kleider tragen, siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Einen Propheten. Ja, ich sage, er ist mehr als ein Prophet, dieser ist's, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Lob sei dir, O Christe!